Es geht an dich und du rüstest die Axt aus. Machen wir doch erstmal. Toll, jetzt habe ich die Fähigkeit verfolgt. Ist der noch eine Stufe aufgestehen? Ich meine, der stirbt noch. Tja, ich habe auch extra keinen weiblichen. Keine weibliche Hauptfigur genommen, weil ich die Stimme nicht schmecken könnte. Gibt es doch hier, dass du die Dauer anriffst? Ich bin nervt, dass die ganze Zeit umzugehen. Ne, das ist nicht da noch. Alles aufsammeln und hin mit haben. Was dann hier aufgesammelt hat. Schwert und das damit weg ist. Bestimmt ist das drin. Ne, ne, ne. Okay, bei Tau und Tau. Du wirst noch zu einem echten Krieger. Denk dran, du solltest dich auf eine Klasse konzentrieren, wenn du so gut werden willst wie ich. Du bist nicht gut, du bist nervig. Das hat ja gedauert, Idiot. Zum Tempel geht's durch die Höhle. Warte kurz, mein Medaillon. Ich weiß, was du denkst, aber ich werde dieses Gefühl einfach nicht los, dass etwas passieren wird. Je mehr wir uns dem Tempel nähern, desto stärker wird es. Wirklich, Trevin. Sobald wir hier raus sind, gebe ich einen Humpen Bier aus. Da geht's dir gleich wieder. Ich freue mich bereits darauf. Aber könntest du jetzt bitte mein Medaillon tragen? Bitte. Es liegt mir viel daran. Mehr als du ahnst. Versprich nur, dass du es nicht bald ist, in die Hände fallen lassen wirst. So langsam habe ich genug. Na gut, ich nehme das Medaillon. Bis wir wieder zu Hause sind. Aber nur weil du so versessen darauf bist. Können wir nun endlich gehen? Ja, wir können durchgehen. Ja, wir können durchgehen. Ja, wir können durchgehen. Jetzt schwinge diese, die wir hier auf den Schutzkreis von der Herr von der Stadt. Das ist auch hier was. Wie die Abdeckung. Wo steht denn? Die gibt denn? Das ist ein schmutzgereihtes Hemd. Das ist jetzt was alles für die Sachen. Ich will meine Hauptfigur aus wehen. Äh. Inventar. So. Weil eine Rüstung. Und plus zwei Rüstung macht es. Und wir haben... Hey, ich glaube wir behalten, wenn es nach oben ist. Vielleicht eher die Haltung. Zwei. Vier. Warte. Warte, überhaupt ein Schild. Warte. Warte. Das ist doch großgeschrieben. Warum ist das vorhin immer kleingeschrieben, wenn der mich anspricht. Genau. Warte. Und dann... Oh ja. Hier ist ein specification. Dann ist es eben so gut aus. Wir werden schädigte Gerhard und Hauptwachs. Da müssen wir wieder gegenstände aufsammeln. Und wir gucken... Was... Haben wir aufgerüstet und haben das Schäden. Elf Uhr ist um pustutzend an der Rüste. Das fehlt uns. Das wenigstens wieder... Ja, wir laufen wieder mal. Ja, das dann mal. So. Dann passt das ja. Also, ob wir... Hey, ich bin von einer Schuhe. Achso, habe ich jemandem, was zu dir hingegeben ist? Oh. Kein Wunder, ist der besser. Naja, egal, jetzt hab ich's ja erinnert. So, dann passt, glaub ich, wieder alles. Ja, was bei Landessiege ganz toll ist, ist dieses begrenzte Inventar. Später kriegt man rein, hier kommt man, hier kriegt man... Also zumindest hab ich mir einen geholt in der Demo, einen in Ice Golem. Alter, ich muss sonst jetzt gar nicht mehr gucken, wie schmuck wir aussehen. Uh, wir sehen schon richtig aus wie ein Mordmann, glaub ich. Die sehen sowieso im Hyper aus, also von daher. Okay, für einen Mordertrank. Ich weiß nicht, ob mich das grad interessieren würde. Oh, wir sind scheinbar. Dann gehst du bei der Telefon. Und wir sind schon drin. Der B2 hatte ja... Keine Ahnung was das ist, einfach weitergehen. Wir haben wieder einen Schuhstiefel versammelt, oder? Hast du noch eins near, denke nicht, dass wir uns brauchen. So, wer das Intro nicht gesehen hat, oder falls ich es jetzt nicht hochgeladen habe, das geht um ein bisschen. Ausrücken, Idioten! Wo bleibt ihr denn? Rein in den Tempel! Und zwar Dali! Jetzt kommt ein kleines Enturm. Und vierarmige Steinstatuetten. Die können anscheinend ja schon austeilen. Was sind das? Magier? Zerfetzt. Keine Ahnung, oder wie viel hier an das Spiel ist. Ist mir eigentlich relativ egal. Die Stadt haben es einfach vereist. Und es geht jetzt ein... Wir beide laufen hinterher und sehen natürlich ganz anders aus als die andere Leute. Okay, das Spiel hat angehalten. So, es geht weiter. Jetzt kommt eine kleine Cutscene. Ein kleines Stück von einem Viertel Kuchen, oder einem Viertel de Medaillon, oder irgendwas anderes wie Viertel Lustiges. Wir treffen gerade alle gegen diese Kehrtun da. Und alle sind tot, oder wie? Ah, genau! Der hat irgendwie das Schwert. Das ist so ein Ultimate-Schwert. Keine Ahnung, was das ist. Wer es noch nicht gesehen hat, der hat... Der ist anscheinend ziemlich stark. Der kann es leicht kaputt machen können. Boah, die hört sich ja ordentlich. Glückwunsch, Waldis! Unser Auftrag ist beendet. Wann können wir unseren So- ...Wild erwarten? Ha! Schau! 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 Okay. Es sah jetzt aus, ob er uns hätte töten wollen. Und der blaue Elf hat sich netterweise in den Weg geschmissen. Und der Bildschirm ist schwarz bei mir. Ihr habt einen Auftrag abgeschossen. Möchtet ihr das Spiel speichern? Ja. Wollen wir. Das Spiel wurde gespeichert. So, ich schneide jetzt erstmal. Und... Ah, wir haben keine Sachen mehr und haben einen neuen Halsschmuck gekriegt. Okay. Wir sehen uns dann später. Bis später. Später.